Hallo, hier ist Ronja und heute gibt es die versprochene zweite Folge Minecraft Wolf mit den neuen Maps. Ihr habt die letzte Folge alle gesagt, ihr freut euch, dass Wolf wiederkommt. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch, Wolf wieder machen zu können. Ja, wir haben wirklich lange auf die Updates gewartet und ich denke, die sind ziemlich cool geworden. Das heißt, ohne lange um den heißen Brei rumzureden, lasst uns anfangen. Wir spielen Minecraft Wolf auf einer neuen Map, nämlich die Map heißt Batman. Es ist eine riesige Bille von Batman. Ich habe Batman nie geguckt. Es ist die Bille von Batman, es gibt anscheinend noch eine Batcave unter der Ebene. Ich bin übrigens ein Schaf. Das heißt, einer von euch ist der Wolf. Und ich mache jetzt eine neue Strategie hier, okay? Also ich töte auf jeden Fall, ich sehe. Spaß. Ich habe gehört, Topps ist der Wolf. Hier ist ein Bart zum Beispiel gerade. Ein Bart, ne? Ein Bart, fast wie Topps ein Bart. Jawohl. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht. Du hattest mal ein, oder? Auf der Gamescom? Ja, auf der Gamescom. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Die Map ist richtig groß hier. Oh mein Gott, die sind viele Kills. Wir hatten viele neue Folgen. Oh oh. Ja, viele neue Folgen. Die letzte Folge haben wir... Wie hieß die Map eigentlich, auf der wir gespielt haben? Letztes Mal waren wir auf Venedig. Warte mal. Ah, Venedig. Richtig. Genau, wir waren auf Venedig letzte Folge. Was sehr schön war, finde ich. Oh, ich hab dir schon. Ich hab dir schon. Aber auch deutlich kleiner als die Map, die wir jetzt haben. Ja, die Map ist von der Größe her kleiner, aber dafür gibt's ähm... Sie hat sich irgendwie anders angefühlt. Ja, genau, genau. Die ist richtig hoch. Oh, es gibt ein Untergrund, ein Dach und alles. Ich hab zwei Dealschwerter. Ich kauf jetzt ein neues Item und zwar den Randomizer. Was wird passieren? Okay. Randomizer? Gibt's dem? 20 Gold. Oh mein Gott. Äh. Äh. Gehört das auch, oder? Illuminati? Äh, ich hab Ender-Penning gekriegt übrigens. Confirmed. Ich mach mal. Oh, äh. Ich hab Frusten. Aber ich krieg Gift. Ey, das war geil, ey. Ich krieg Gift. Was wird passieren? Ich will, das war wegen diesem, äh, Randomizer. Ja. Das ist wie ein Lucky Block, Leute. Der macht irgendwas. Nice. Okay, 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 okay. Okay. Leute, ich hab auch Gift. Ich wurde geportet. Ich wurde auch geportet. Ich hab's hier auch geportet. Ich hab's hier auch geportet. Ach Leute, ich hab's hier auch geportet. Oh, ich hab noch anderthalb Perzen. Oh, ich hab noch anderthalb Perzen. Oh, ich hab noch anderthalb Perzen. Oh, ich hab noch anderthalb Perzen, hab ich gehört. Oh nein, oh nein. Mensch. Jürgen, geh weg. Das ist böse. Da wär ich dabei, oder? Ey, komm zum Test. Der ist auf dem Dach oben. Auf dem Dach. Der ist auch inaktiv, oder? Der ist auch inaktiv. Nein, der ist aktiv. Tops. Tops gelöhnt. Will auch nur täuschen. Hier ist Julian bei mir. Julian ist bei mir. Nice. Wo ist denn der? Jeder, der testen, geht, kriegt ein Tierschwert von mir. Dann bin ich doch dabei. Warte mal, wie komm ich hier raus? Komm mal, komm mal. Es ist einfach oben. Ja, da ist Tops und da ist unten. Keine Sorgen. Ich pack mein Schwert wirklich. Ich geh testen. Okay, alles klar. Gramm. Bin drin. Okay, mal schon. Okay. Das ist definitiv ne Falle. Ich glaube Flo nicht. Alles gut? Alles klar. Danke. Geh auch mal rein. Äh, okay, ja. Ich wag gerade nicht. Ich hab's nicht gesehen. Okay, alles klar. Alles klar. Hast du dein Beweis? Ah, alles klar. Ich hab den Schafspilz. Ich hab den Schafspilz. Ja, dann auf geht's auf Tops, oder? Hab ich gehört? Auf geht's? Auf geht's? Auf geht's. Ohne Julian. Ihr will mir alles erst sehen. Mal gucken. Ey, wart ihr schon mal in der Batcave? Nein. Ich folge dir jetzt in die Batcave. Ich bin ja, äh... Okay. Ey, heute schon mal 6 in Secret. Okay, jetzt kannst du dir die nächste Runde holen. Schau mal hier. Schau. Dann so hier. Der gute Alte. Ich versteck was in meinem Bild-Trick und bin mega sneaky dabei. Okay. Ist es neu gemacht, die Truhe? Ne, oder? Ne, ne, ne. Ich bräuchte mal Heilung oder so. Ich bin richtig Lotion. Äh, ich hab leider nichts, aber ich hab ne Enderperle. Ne Enderperle? Ne Enderperle? Hebe die auf! Mit Enderperlen kommen sie rein. Ich hab zwei. Ich kann ja eine abgeben, wenn du willst. Okay, warte mal. Oh, hier ist Tops. Und wer ist hier bei mir? Oh mein Gott. Ich folge dir. Das hat keiner gesehen, dass... Boah. Ich hab's gesehen. Warte mal. Ich komm mal ein bisschen komisch. Ah, hier kann man auch wieder oben raus. Interessant. Du kannst den nächsten nicht die reinlassen. Oh wir sind die Bad Cave? 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 Oh, ist die Bad Cave? Oh, ist die Bad Cave? Oh. Okay. Ne, 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 die Kiste. Dankeschön. dort ist die bad cave oh mein gott holy moly was passiert wenn wir hier drauf drehen muss man drauf stehen bleiben muss man nicht muss man nicht das ist doch muss man aber ist egal ist hier nur wasser das ist ja voll cool alter wie riesig ist das hier unten guck mal hier auch das gaming setup wo ist das gaming setup ach das meinst du ja voll cool oh hier ist noch was oh mein gott ist die auch in der bad cave oh hier ist auch hier drin oh nein ronja schnell looten die kommen schon oh gott nee warum sind die denn da jetzt mich rechts wir auch ja ich bin bad man ich weiß dein schwert ich habe deutsch wird wenn du willst jetzt auch nicht mal ich schau nochmal hier ist die kiste ok aber nur immer warum ist das so schlecht ist das ok gehen wir mal wieder raus da waren wir gerade hab ein bisschen scheiden genommen die map ist ja mal richtig geil hier du kannst hier übel viel vorstellen aber nichts gesehen was ist das das ist das ist ja ja holy moly das macht echt viel hey das ist ja was ist das das ist ja das ist ja das sind die wuppssterne kennst du nicht aber gut das hat die wenigstens ich schau mal wo es hier ist ich habe das gefühl ich habe das gefühl der wolf verzweifelt versucht zu kommen ich würde mal anmerken der wolfsuche wurde gekauft von jemanden jemand hat die wolfsuche gekauft und sagt nicht wer es ist das heißt ja wer war das ich weiß nicht ich weiß nicht ich auch nicht du warst die ganze zeit bei mir ich habe nichts gemacht alles klar ich habe ich kaufe jetzt einfach mal einen schutzstein ein Tierschwert ein Tierschwert und ich kaufe mir was kaufe ich mir noch eisenrüstern kann ich mir den kaufen eisenrüstern da zack einfach nur dann bin ich ausgerüstet ronnie komm her andererseits ja wenn du willst kannst du das haben oh danke und ich muss sagen ich habe ein Wiederbelebungsdings ja was auf gehts alles geht muss was jetzt machen wir machen jetzt den warte mal wie geht das was tust du rette dich vor dem wolf in den wilden Kerzen nein ich dachte ich kann jemand wiederbeleben ok Leute wie viel kostet das warte was brauchst du brauchst du gold trank des lebens ja gold wie viel gold hast du 28 30 das war top aber das war das war das war das war das war ich habe gold mir fehlt 11 gold hier ist er hier ist er ok wir greifen mal oh my god böser ronja böser flo ja ronja ok es ist random ok warte wo bist du hast du items ähm ich bin auf der schulmap wirklich auf der ganz kürze mach ich hier kurz ha ha den zaubertrick auf gehts aber ich habe keine items ähm ok ganz ruhig so zack 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 doch du hast items ich habe ein schwert aber das war es ok ganz ruhig dann komm mal mit ja wir müssen uns jetzt wehren gegen unseren bösen ich kann topset mit einem schwert leider noch nicht besiegen ganz ruhig ich glaube warte mal ey warte mal kann man die Rüstungstunde eigentlich anziehen einfach schon aber ja wo bist du ich bin grad in dem bar ja hier ich schau mal wenn du willst nehm du die nehm du die Rüstung und ich nehm dich was ist das ist die stärker ach ja ich weiß nicht ich habe volle Rüstung echt witzig aus ey wenn du willst kannst du komm mal nimm das hier ich habe ein zweites schwert oh nice danke wir machen das finalen Schaudern dann such uns doch mal ja eigentlich weißt du wir müssen dich ja nicht suchen Tobias ja wirklich also wie können wir hier chillen ja guck mal wir haben hier auch schön wir können ein bisschen was erkunden wir müssen mal nach draußen gehen Ronja oder ja lass uns noch mal ankommen du kannst halt wirklich rausgehen oh leu hier ist noch Robina oh warte mal ich glaube ich habe in der Aufwärmphase als ich einmal in die Map geladen habe gesehen dass hier hinten eine Eisenkiste ist wirklich ja ja 15 Robina habe ich Abuse oh mein Gott eine Minute können wir draußen was schönes kaufen äh mit einem Schutzstein bist du vor Projektilengeschützt den kaufe ich mir immer draußen aber nicht aber auf der Hinterseite draußen ähm oh nein ich wurde geblindet Ronja pass auf ich bin vor Projektilengeschützt ich habe den Schutzstein in der Hand okay hier ist ein Geschenk ja wenn du was brauchst hier nimm das nimm das ich habe echt alles was ich brauche oh hä was war das für ein Effekt ich weiß es nicht Tobs ich bin vor Projektilengeschützt angeblich ah komm her ich mach dich ich mach dich fertig ja zack 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 komm her komm doch mit dem Schwert der Schutzstein schützt nicht vor Projektilengeschützt auch wenn das in der Beschreibung steht du bist so Viking komm her komm doch komm doch nein Anna Tobs Hashtag Tobs und Viking Kling in die Kommentare das ist so hart mies ey Leute ey ich wette 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 nein ich habe sie ja oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich hab ich habe Oh mein Gott ich habe eine starke Rüstung gefunden Was ist denn? Ich hab grad was richtig krasses gefunden, komm mal her Flo, willst du? Was hast du gefunden? Hast du etwa, hast du etwa deine Nase gefunden? Nein, nein, guck mal, guck mal Flo, Flo, hier hinter dir, hinter dir. Hey, warte mal, warte mal. Wie muss da doch irgendwo eine Kiste sein? Das ist eine Lederhose, jetzt kannst du dich auf den Bergstein und todeln. Du bist ja noch irgendwo... Ich bin Tobias, ich denke ich bin die Weltzig. Oh mein Gott. Ey, aber es gibt schon relativ viele Kisten, muss ich sagen. Ich muss sagen, es gibt echt viele Kisten hier. Das stimmt, aber... Oh, 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 oh. Ich brauche jetzt mal. Ey, warte mal, ich brauche jetzt mal. Du baksst übelst bei mir, weißt du, weil ich mir sieht, dass er versorgt, als ob du so ein... Großer Kerl bist. Kann man da durch? Nein, das stimmt schon, Tops, das ist schon alles richtig. Ich bin halt, äh, 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 ein sehr schweres Kaliver. Ah, okay, man hat so extra Raum hinter der Wasserfall. Das war echt richtig. Das ist offensichtlich, oh, so schick auf. Das ist offensichtlich, ne, Wolfs... Das ist, Flo, das ist offensichtlich... Das ist keine Wolfsrüstung. Flo, halt auf, Flo greift mich an, Flo greift mich an. Weil du bist. Hör auf, Flo! Hör auf! Tops greift mich an. Okay, okay, okay. Nice. Die Rüste... Die Rüste macht halt Nullenschutz. Gefunden hab ich dir, was willst du von mir? Gefundene Wolfsjob, ne? Nein, ich hab keinen Wolfsjob. Ich hab keinen Wolfsjob, wenn er das sagt. Warum sollte er lügen, hör? Die Rogue-Rüste müsste das. Nein, was steht denn bei dir als letztes? Was steht bei mir? Achte auf deine Freundin, Wolf Lord in der Nähe, Punkt, Punkt, Punkt. Lord. Wo, 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 wo? Tops, das glaubst du mir. Ich bin grad in Räumen, wo ich vorhin noch nie war. Ich bin jetzt hier oben. 19... Ah, Robina. Ich hab 10 Emeralds eingecached. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Einen neuen Geheimgang? Oh mein Gott, was ist denn das? Ah nein, aber man muss übel schnell sein, dass man drin ist. Das ist hier crazy. Das ist crazy. Wo seid ihr? Wie wär's mal, wenn ihr testen geht? Warte, 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 warte. Geht das nicht? Primary Power, Secondary Power. Ich bin mir nicht sicher. Lasst euch doch mal testen, ob ihr die Krankheit aggressiver Tobias habt. Stimmt, es gibt auch noch die Rolle, aber die habe ich schon lange nicht gehalten. Ey, gibt's wirklich? Hier ist ne... Kamera. Warte mal, ich bin... Ich glaub, das funktioniert so nicht. Oh la, das ist richtig schwer in den Geheimgang. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja, mach Wolfssucher. Und ich mach noch ein Geschenk. Bin ich drin? Und... Nein, ich werd Tobst... Ich werd Tobst kauft den Wolfssucher wieder nur, damit er... Damit er kein anderes kaufen kann. Ich hab... hä? Ich aktivier ihn jetzt, okay? Okay, ich geh jetzt hier zurück durch den Garten. Es ist Julian! Julian, safe Julian! Julian ist es nicht. Julian war die ganze Zeit unten bei mir und hat nichts versucht. Ich war schon mal Wolf. So, da hast du ihn. Ah, das ist safe Julian. Oh! Definitiv Flo! Aber zu 100.000%. Oh mein Gott! Ich bin geblindet. Und ja, ich vertraue dir, du kriegst jetzt eine Rüstung von mir. Wenn du welche willst. Ich würd welche nehmen, ich hab nämlich nur eine Lederhose. Ich bin bei den Fledermäusen von Batman. Ich bin im Eingangsbereich bei den Bärenfell. Oh mein Gott. Pass aber auf, ne? Ich bin jetzt... Ich komm, ich bin bei den Bärenfell. Okay. Da bist du? Ja, hier. Zack. Wo würdest du hin? Zack. Vielen Dank, vielen Dank. Nice, 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 nice. Und äh... Sehr bütig. Ich find die ganze Zeit geile Geheimgänge ab. Hier scheint nix drin zu haben. Brauch ich nicht. Was ist denn das? Oh Gott! Oh mein Gott! Wieso hast du so viel Gold? What the hell? Weil ein Wolf ist ein Wolf für einen Doppelbonus. Das ist ja crazy. Wolf-Wölfe kriegen doppelt so viel Gold wie normal. Das ist neu. Dann hol ich mal einen Trank des Lebens, damit wir notfalls jemanden wiederbeleben können, wenn er von Flo-Gertürt wird. Ich bin's! Ich bin es nicht. Ich schwöre, es ist Julian. Nein. Du bist so süß. Da ist Julian. Julian ist in Deutschland. Pass auf, Julian ist mit dir. Ey, pass mal auf, pass mal auf. Aber Julian ist es doch nicht. Ey, wenn's Julian ist doch nicht. Ich würd mal kurz den Randomizer einsetzen. Nicht wundern, wenn was mehr los passiert. Äh... Lauren? Ich wird geportet. Äh... Oh mein Gott, ich hab so viel Geld. Ich hab so viel. Ich hab alles. Glotz. Ich hab... Ich hab die Karies. Ich hab 48 Grubine. Okay. 48. Alles klar. Oh mein Gott. Straight up cheating. Nein, das ist es nicht. Du hast vielleicht 48 Grubine. Aber hast du auch 6 Hölschwerter? Nee, hast du nicht, ne? Nein, ich hab... Steinschwerter. Ey. Ich kann jedem von euch... Okay. Ich kann jedem von euch... Okay. Ey. Nicht wiederbeleben. Nein, nein, nein. Oh... Nicht tropisch wie ein Beleben. RONI, komm her! Sorry, technischer Fehler. Wo bist denn du? Ah, hier. Warte, ich hier. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Vielen Dank. Warte. Warte mal. Oh, nice. Soll ich ein Dierschwert kaufen? Ich hab alles hier. So, zack, hier, Dierschwert noch. Oh! Warte. Warst du? Ich wollt ja wiederbeleben durch Ronja, ne? Hier, Ronja. Nimm das. Ja, schlisch, du portest auf der anderen Map. Ja, deswegen. So, Frank. Nee, das nicht. Ich glaub, Julian kriegt das kein Problem. Ich hab zwei Six Gold. Franks Leben. Oh, nein! Oh, nein! Los! Warte, ich falle! Ich hab mein... Uah, alles! Danke. Ist du tot? Ja. Oh mein Gott. Äh, warte. Oh Gott. So, und das war's auch wieder mit dieser Folge Minecraft-Wolf. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch beim Video da. Und abonniert den Kanal, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr verpasst kein Video mehr. Also, Win-Win-Situation. Haha. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao! Und dann gehen wir auf die KU- Rule! Bis zum nächsten Mal. Und dann eine Tante Eurobeatz. Und dann gehen wir wieder auf die KU-rew. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.